hallo und herzlich willkommen zur sitzung webtechnologie in dieser woche hier aus diesem livestream ich hoffe sie sind alle da sie können mich hören und es gibt keine technischen probleme ich sage jetzt schon mal wir werden heute wieder ein bisschen hintergrundgeräusche haben weil die baustelle immer noch nicht fertig ist also wenn sie irgendwie hämmern oder sowas hören wundern sie sich nicht wenn sie möchten können sie mir kurz im chat hallo sagen dann weiß ich dass sie da sind entweder direkt auf twitch im chat oder wenn sie lieber den rocket chat kanal nutzen von der uni regensburg dann schreiben sie doch da einfach ich habe da wieder so einen kleinen thread vorbereitet für diese sitzung und wenn sie mir da schreiben dann habe ich das im blick auch und kann auch auf ihre fragen und ihr feedback eingehen wir schauen uns heute noch mal ein bisschen javascript an und ich würde jetzt heute gerne damit anfangen ihnen so ein paar sachen mit auf den weg zu geben wie sie besser mit javascript programmieren können wir haben in der letzten woche schon so ein bisschen angefangen und mit einem kleinen anwendungsbeispiel zu beschäftigen wir haben diese kleine interaktive bilder galerie gebaut sie haben in der übung auch ein bisschen gearbeitet und ich habe in der letzten woche gesagt dass wir nicht so viel wert auf die qualität von unserem code legen das hat jetzt diese woche ein ende wir werden jetzt sehr viel werte darauf legen dass wir auch schönen und sauberen und ordentlichen code produzieren also ein bisschen besser tatsächlich programmieren und da möchte ich ihnen heute so die ersten sachen mit auf den weg geben werden wieder ganz klassisch eine kleine vorlesung vorbereitet die wir durchgehen können es wird jetzt diese woche wahrscheinlich immer vorlesungen nicht so viele praktische beispiele geben ich habe ganz am ende wieder ein kleines anwendungsbeispiel für sie vorbereitet ein kleines code beispiel dass sie sich dann wahrscheinlich alleine anschauen werden oder wir gehen das kurz durch aber wir werden heute in der vorlesung zumindest nicht wirklich implementieren ich wechsel mal zu den folien und dann können wir auch direkt starten worum geht es heute ich habe schon angekündigt wir steigen so ein bisschen tiefer in die entwicklung von web anwendung mit javascript ein und bevor wir jetzt dann richtig einsteigen uns mit irgendwelchen datenbanken beschäftigen vielleicht auch ganz konkrete anwendungsbeispiele uns anschauen und umsetzen würde ich jetzt gerne noch mal einen kleinen schritt zurückgehen und mir überlegen wie können wir denn von anfang an vielleicht gut programmieren wie können wir eine gewisse qualität von unserem code sicherstellen und vor allem auch warum wollen wir das überhaupt also wie können wir motivieren dass wir jetzt vielleicht ein bisschen höheren wert auf tatsächlich sowas wie code qualität legen und wir machen das anhand von so einer zweistufigen prozess am anfang schauen uns das ganze ein bisschen in der theorie anschauen uns an was wir für möglichkeiten haben tatsächlich auch mit javascript gewisse kriterien oder maßnahmen guter code qualität umzusetzen und in einem zweiten teil schauen wir uns dann an so einem fall beispiel an wie wir das ganze dann tatsächlich auch praktisch ansetzen beziehungsweise umsetzen können vielleicht dann eher als walkthrough und nicht als praktische arbeit wir machen das in der folgenden reihenfolge ich werde ihnen zuerst ein bisschen was zu diesem grundsätzlichen thema code qualität sagen was das eigentlich für mich bedeutet und was das vielleicht auch für sie bedeuten sollte dieser begriff was dahinter steckt und wie man ganz explizit auch in javascript vielleicht darauf hinwirken kann guten programm code zu schreiben wir schauen uns dann einen bereich ganz genau an der für uns wichtig ist nämlich die strukturierung von unserem quellcode also wie wir wegkommen von einer seiner großen javascript datei zu vielen kleinen in denen wir auch ganz physikalischen anführungsstrichen unseren quellcode strukturieren können und werden dann am ende noch mal einen blick darauf werfen wie wir vielleicht gewisse funktionalitäten nicht immer selber implementieren müssen sondern durch externe bibliotheken bzw die integration von externen bibliotheken auf vorhandenes wissen und vorhandene funktionalität in unseren anwendungen tatsächlich zurückgreifen können fangen wir mal an damit dass wir uns ein bisschen über quellcode beziehungsweise code qualität unterhalten und so als einstieg können wir uns vielleicht mal anschauen was es eigentlich so viele perspektiven auf quellcode gibt also ich glaube sie haben jetzt alle spätestens jetzt irgendwie ein verständnis davon was was quellcode ist aber sie haben ja auch schon im vergangenen semester einen programmierkurs besucht mit python und sie haben vielleicht auch noch andere kurse besucht kennen sich mit anderen programmiersprachen aus sie sie wissen was quellcode ist also diese form dieses dokument was wir generieren was dann je nach programmiersprache je nach kontext irgendwann in irgendeiner form das ausführbare programm gibt und auf diesen quellcode die durch den quellcode repräsentiert wird können wir mit verschiedenen fragestellungen und aus verschiedenen perspektiven blicken wir können uns erst mal fragen funktioniert das ganze überhaupt also läuft unser programm können wir den quellcode starten können wir das programm ausführen funktioniert der richtig also stimmt das ergebnis wenn wir eine bestimmte eingabe eingeben kommt dann das erwartete ergebnis dabei raus das sind sachen die haben jetzt relativ wenig damit zu tun wie dieser code an sich gestaltet es gibt gewisse abhängigkeiten natürlich sonst würden wir uns da nicht mit beschäftigen gut strukturierter qualitativ hochwertiger code ist in der regel eine grundlage für funktionierende software eine wichtige voraussetzung aber das kann auch losgelöst voneinander existieren also es kann guten quellcode geben der nicht funktioniert und es kann funktionierenden quellcode funktionierende programme geben die schlecht kodiert sind das heißt diese beiden fragen läuft das programm stimmt das ergebnis das ist erst mal was rein funktionales können aber auch auf den quellcode schauen und uns fragen ist der code verständlich also verstehen wir wenn wir diesen quellcode jetzt lesen und wenn er nicht von irgendeinem system interpretiert oder kompiliert wird tatsächlich was da vielleicht andere programmierer oder programmiererinnen oder auch für selber tatsächlich reingeschrieben haben haben ist das programm auch vielleicht effizient also ist das der quellcode oder die form des quellcodes die tatsächlich am effektivsten und dafür effizientesten das umsetzt was in diesem programm eigentlich passieren soll und wir können uns auch fragen ist das vielleicht eine generische formulierung in diesem quellcode die man auch auf andere probleme übertragen kann wir haben es vielleicht schon gemerkt je nachdem wie viel erfahrung sie mit dem programmieren haben man löst relativ häufig die gleichen probleme wir erfinden nicht immer irgendwie das rad neu sondern wir machen in unterschiedlichen kontexten eigentlich immer das gleiche und wenn ich irgendwie schon mal eine lösung gefunden habe dann ist dieses übertragen von dem wissen was ich da generiert habe in anderen kontext normalerweise etwas was ich sehr gerne als programmierer oder programmiererinnen tun würde lange rede kurzer sinn wir können auf ganz ganz unterschiedliche aus ganz ganz unterschiedlichen perspektiven auch dieses artefakt quellcode schauen und bei vielen perspektiven spielt tatsächlich die qualität die gestalterische und formale qualität eine größere rolle oder eine rolle und in anderen vielleicht eher das funktionale das heißt wir haben so eine zusätzliche ebene auf der wir quellcode beurteilen können auf der wir computerprogramme beurteilen können die eben nicht direkt was mit der funktionalen vollständigkeit und der korrektheit zu tun haben sondern tatsächlich was damit wie sie ihren code gestalten ist weiß nicht ob das noch notwendig ist das noch irgendwie weiter auszuholen aber wenn sie wollen können sie natürlich da irgendwelche parallelen zu anderen dokumenten anderen texten ziehen auch irgendwie eine seminar arbeit kann erst mal inhaltlich bewertet werden schreiben sie irgendwie etwas richtiges zitieren sie die richtigen quellen haben wir können es aber auch auf vielleicht noch ganz anderen formalen bereichen tatsächlich bewerten ist das irgendwie verständliche sprache die sie da wählen ist sich fehlerfrei was irgendwie die grammatik oder die rechtschreibung angeht halten sie sich an gewisse format vorlagen also gut unterschiedliche perspektiven auf ein dokument haben bei quellcode kommt jetzt eben falls das noch nicht schon in ihrem mindset drin war diese qualitative ebene hinzu man kann das auch ausführlicher definieren ich habe jetzt in dem foliensatz mal sehr viele wikipedia quellen da zitate eingebaut weil gerade in diesem kontext in dem wir uns bewegen software technik software entwicklung oder allgemeine informatik das sind diese artikel eigentlich recht gut und das schadet auch nicht wikipedia artikel zu diesem thema zu lesen ist absolut legitim da dann auch gesichertes wissen herauszuziehen code qualität nach dieser definition ist eben eben dieser nicht funktionale wert von quellcode den formalen wert also das was über die funktion die durch diesen quellcode ausgelöst wird hinausgeht das heißt wir schauen uns eben nicht an entspricht dieser quellcode einem funktionierenden programm sondern wie gut kann dieser quellcode nach anderen kriterien und in anderen bereichen des software entwicklungsprozesses verwendet werden und kriterien nachdem man entscheiden kann dass ein stück software ein stück quellcode eben von hoher oder weniger hoher qualität ist ist zum beispiel sowas wie die testbarkeit das sind sehr abstrakte konzepte das soll einfach nur mal so ein einblick geben auf was für ziele vielleicht dieser diese qualitätsbewertung abzielen könnte also kann ich diese software gut testen habe ich vielleicht durch maßnahmen die gestalterischer natur sind dafür gesorgt dass ich einzelne teilbereiche einzelne komponenten einzelne funktionen automatisiert vielleicht sogar und einzeln testen kann kann ich diesen quellcode den ich geschrieben habe adaptieren das heißt wenn ich einmal eine lösung gefunden habe ist die so formuliert und vielleicht auch so vom restlichen ablauf der anwendung tatsächlich getrennt dass ich das vielleicht abstrahieren kann und auch in einem anderen problem kontext wiederverwenden kann also wenn ich irgendwie eine statistische funktion geschrieben habe um irgendwie ein super fancy statistik maß zu berechnen irgendwelche wahrscheinlichkeitstest oder sowas zu tun habe ich das in meinem ganz konkreten problem so formuliert in form von einer funktion oder einer klasse dass ich diese funktion auch in anderen programmen vielleicht verwenden kann wenn ich diese gleiche funktionalität in einem anderen kontext brauche wir können uns auch da sind wir dann wieder so ein bisschen bereich der der literatur oder der eben text form die man so aus anderen kontexten kennt mit der lesbarkeit von quellcode beschäftigen also wir können auch versuchen zu beurteilen ob dieser text und quellcode ist ja ein text also ein stück ein dokument was auf der basis einer gewissen grammatik eines gewissen vokabulars auch mit einer gewissen kreativität in die er in die gestaltung dieses dokuments einfließt erschaffen worden ist wir können vor diesem hintergrund beurteilen ist dieser code lesbar oder wie gut ist dieser code lesbar wie gut kann ich wenn ich als mensch diesen diesen quellcode lese tatsächlich verstehen was der autor die autorin von diesem dokument gemeint hat wie einwandfrei kann ich die intention feststellen wie viele probleme gibt es vielleicht weil eine stelle unterschiedlich interpretiert werden könnte also die einfache die die lesbarkeit also dass die möglichkeit diesen code richtig wahrzunehmen ist eben auch was was wir beurteilen können neben diesen kriterien also neben sowas wie testbarkeit adaptierbarkeit lesbarkeit gibt es natürlich noch eine ganze menge anderen an kriegt andere kriterien die man an diese güte bewertung von quellcode anlegen kann wir können uns aber auch erstmal anschauen warum wir das überhaupt machen also die vielen ziele die man haben kann um code qualität nach bestimmten kriterien zu bewerten sind auf der einen seite auf der anderen seite brauchen wir aber auch eine motivation warum wir das eigentlich machen also warum ist lesbarkeit von quellcode wichtig warum ist sowas wie adaptierbarkeit wichtig können das ja auch immer neu machen und wir könnten uns irgendwie überlegen ich lese das halt selber also wenn ich meinen code nicht verstehe dann habe ich ganz andere probleme als das jetzt vielleicht irgendwie sprachliche probleme oder sowas sind es gibt aber ein paar nachvollziehbare gründe warum wir uns über diesen punkt gedanken machen sollten und einer der wichtigsten punkte ist dass quellcode der geschrieben wird in der regel häufiger gelesen wird als dass er tatsächlich geschrieben wird beziehungsweise produziert wird das quellcode in der regel gerade wenn wir jetzt von ich nenne es mal realen software projekten reden auch von mehreren personen wahrgenommen und gelesen werden muss und dementsprechend diese optimierung der lesbarkeit der verständlichkeit einen sehr hohen stellenwert hat sie kennen das vielleicht auch schon aus der aus dem universitären kontext wenn sie jetzt irgendwie quellcode geschrieben haben für vielleicht irgendwie eine studienleistung oder für irgendwie ein abschlussprojekt für einen kurs dann schreiben sie den sie müssen den während des schreibens lesen sie müssen den überarbeiten weil es vielleicht irgendwelche bugs oder fehler gibt immer wenn das der fall ist lesen sie das was sie geschrieben haben nochmal sie fangen nach einer kleinen pause wieder an an der gleichen klasse zu arbeiten müssen erst mal den code wieder lesen um rein zu kommen später lese ich den code dann damit ich irgendwie mir ein urteil darüber bilden kann wie gut oder schlecht sie das gemacht haben da sind mehrere personen und mehrere zeitpunkte involviert in denen die funktionen die klassen die sie geschrieben haben tatsächlich erst mal gelesen werden und dementsprechend können wir davon ausgehen dass wenn wir diese lesbarkeit optimieren also dafür sorgen dass der code verständlich ist dass wir den leicht verstehen dass wir den schnell verstehen wir auch eine entsprechende effizienz steigerung bewirken können das ist natürlich noch wesentlich dramatischer oder wichtiger wenn wir dann aus diesem universitären kontext uns raus bewegen und tatsächlich in solche bereiche wie reale software entwicklung reinschauen wenn sie dann irgendwelche qualitätssicherungsmaßnahmen haben die darauf berufen dass unterschiedliche leute quellcode lesen und bewerten müssen dann ist allein dieser punkt lesbarkeit schon mal die erste hürde überhaupt dafür dass bestimmte prozesse funktionieren wir haben in der regel bei quellcode auch gar nicht so den besonderen fall aber ein fall den wir bei vielen anderen dokumenten auch haben dass wir iterativ in den in dem entstehungsprozess arbeiten also sie werden sehr sehr selten und das ist vielleicht tatsächlich eher so im universitären kontext der fall quellcode schreiben und danach nie wieder irgendwie was mit damit zu tun haben oder sie werden selten code schreiben innerhalb von einer sitzung und dann tatsächlich final fertig sein also in der regel entsteht code iterativ sie fangen an einer bestimmten stelle an und dann über mehrere sitzungen über mehrere tage über die gesamte projektlaufzeit arbeiten sie immer weiter an bestimmten komponenten die dann im laufe der zeit immer ausgearbeiteter und umfangreicher werden ganz wichtig dass man das im hinterkopf behält dass man wenn man tatsächlich dann mal versucht ein größeres problem zu lösen eben nicht diese situation hat dass ich zwei stunden im zippl sitze um eine übungsaufgabe zu bearbeiten und das was ich dann am ende von diesen zwei stunden produziert habe ist für immer und ewig in stein gemeißelt und wird sich nicht ändern in der regel haben wir genau das gegenteil schreiben code und code kann man sehr leicht verändern das ist einfach nur text in einer datei und deshalb nutzen wir das auch und verändern den so häufig wie möglich um den immer weiter zu verbessern und je verständlicher wieder dieser code formuliert ist je modularisierter dieser code auch ist also je stärker vielleicht bereiche voneinander getrennt sind die funktional auch unterschieden werden können desto leichter können sie den dann auch modifizieren und warten also je weniger abhängigkeiten ist vielleicht von einer datei ihres projekts zu anderen gibt desto leichter wird es ihnen fallen den quellcode in dieser datei über die dauer ihres projekts zu bearbeiten wir gewinnen durch so was wie kleinteilige strukturierung von quellcode auch größeren überblick über unsere probleme die wir so lösen das heißt wenn wir irgendwie eine größere software implementieren dann ist das in der regel ein sehr komplexes problem also das ist dann vielleicht nicht irgendwie in zehn oder 15 zeilen erledigt sondern computerprogramme sind in der regel wenn sie tatsächliche anwendungen darstellen umfangreich und komplex und je stärker wir schon bei der gestaltung von unserem quellcode darauf achten dass wir kleinteilige sehr stark strukturierte komponenten schaffen die möglichst unabhängig voneinander agieren desto leichter können wir dann auf basis von diesen bausteinen auch unser gesamtproblem lösen und leichter überblick innerhalb unseres projekts tatsächlich behalten oder überhaupt erst mal gewinnen wir streben auch nach qualität weil qualität etwas ist was man in einem gewissen rahmen objektiv bewerten kann es ist ganz schwierig bei qualität irgendwie von objektivität zu reden aber es gibt zumindest in den meisten programmiersprachen konventionen darüber was qualitativ hochwertiger code gerade was so formatierung oder so angeht ist ob das dann wirklich tatsächlich ein ein objektives maß ist und ob wenn sie sich irgendwie anschauen wie google vorgibt wie java code zu gestalten ist dass dann tatsächlich eine einwandfreie und nicht mehr zu diskutierende wahrheit ist sei dahingestellt aber es gibt solche vielleicht subjektiv geschaffenen qualitätsmerkmale die wenn wir sie anwenden dazu führen dass quellcode auch von unterschiedlichen entwicklern und entwicklerinnen sehr ähnlich aufgebaut und strukturiert ist und damit dann wieder auch an lesbarkeit und verständlichkeit gewinnt wenn wir uns einigen können wie wir unseren javascript code formatieren wenn wir uns darauf einigen können wie wir vielleicht beim wählen von bezeichner namen vorgehen wie wir vielleicht dabei vorgehen können wenn wir eine gewisse struktur in unserem code erstellen müssen dann können solche gemeinsamen konventionen dazu führen dass wir alle die gleichen ansätze letztendlich nutzen um diese probleme zu lösen und durch diese konventionen die es gibt und an die wir uns halten generieren wir dann in anführungsstrichen sauberen oder ähnlichen code der im besten fall vielleicht auch sowas wie die fehleranfälligkeit reduziert weil konventionen vielleicht aus einem bestimmten grund existieren um vielleicht irgendwelche negativen effekte zu minimieren vor allem aber schaffen wir einheitlichen code ich habe ein mentales modell davon wie javascript code ausschauen soll weil ich diese konventionen kenne und wenn sie auch diese konventionen kennen und javascript code nach diesen konventionen schreiben und ich dann ihren quellcode anschauen dann weiß ich was ich zu erwarten habe und kann mich vielleicht leichter darin einfinden als wenn sie komplett immer selber erfinden oder neu erfinden wie sie vielleicht zeilen einrücken oder wie sie irgendwelche funktionen bezeichnen wenn wir qualitativ hochwertigen code schreiben dann haben wir eine chance dass wir das was wir einmal produziert haben vielleicht auch in anderen projekten wieder verwenden können das wird jetzt noch ein paar mal auftauchen dieses argument dass wenn wir guten quellcode schreiben wir den wieder verwenden können ich würde das immer so ein bisschen in klammern setzen das ist ein heeres ziel das kann man haben aber so oft passiert das gar nicht dass man wirklich code eins zu eins wiederverwendet sie werden lösungsstrategien vielleicht wieder verwenden sie werden vielleicht auch mal irgendwie einen bestimmten algorithmus wieder verwenden vielleicht sogar mal eine klasse aber diese idee dass man wenn man mal irgendwie fünf sechs jahre programmiert hat neue software einfach nur noch aus bausteinen zusammensetzen muss die man vorher schon mal irgendwie implementiert hat die ist eigentlich ein bisschen unrealistisch also dieses streben nach wiederverwendbaren code ist gar nicht so schlecht weil wir damit dann eigentlich automatisch auch qualitativ hochwertigen code schreiben in einem gewissen rahmen wir sollten das aber nicht überbewerten es gibt andere sachen die wesentlich wichtiger sind sowas wie lesbarkeit finde ich ist ein wesentlich höhere höheres güte kriterium als jetzt sowas wie zwangsweise wiederverwendbarkeit ist nur so am rande das ein bisschen in klammern sehen was können wir jetzt machen um diese ziele zu erreichen struktur ist irgendwie so das wichtigste und das erste über das sie nachdenken sollten versuchen sie auf allen ebenen an denen es irgendwelche möglichkeiten gibt ihr programm und ihr quellcode zu strukturieren diese auch auszunutzen lösen sie teilprobleme in ein separaten funktionen vermeiden sie irgendwie sehr sehr lange methoden teilen sie die auf auf verschiedene kleine teil algorithmen so dass sie durch diese strukturierung vielleicht nicht unabhängige aber zumindest leicht verständliche und wartbare subroutine innerhalb ihres programms schaffen überlegen sie sich immer wenn sie in irgendeiner art und weise kreativ tätig werden können bei der entwicklung von quellcode wie sie das machen und kreativität können sie da zeigen wenn sie sich die sprachbestandteile oder code bestandteile anschauen die nicht vorgegeben sind wenn sie jetzt mit javascript entwickeln dann wissen sie ja dass die grammatik vorgegeben ist sie wissen dass bestimmte schlüsselwörter vorgegeben sind sowas wie function oder war oder led oder return und zwischen diesen ganzen vorgegebenen sachen tauchen immer mal wieder sachen auf die sie beeinflussen können sie können eine methode benennen wie sie wollen sie können variabel benennen wie sie wollen sie können sich entscheiden wie sie vielleicht irgendwie einen prototypen oder in anderen programmiersprachen eine klasse bezeichnen und immer dann wenn sie diesen freiraum haben auch kreativ tätig zu sein dann überlegen sie sich ganz genau was ist denn irgendwie jetzt ein ein sinnvoller bezeichner ein sprechender bezeichnen möglichst stark die funktionale bedeutung von dieser methode oder dieser variabel die sie gerade benennen wollen widerspiegelt auch wieder vor dem hintergrund dass das ja irgendjemand vielleicht sie am ende auch wieder lesen muss halten sie sich an die existierenden konventionen das habe ich gerade schon gesagt auch wenn die vielleicht nicht fehlerfrei sind oder zum teil auch diskutiert werden können wenn wir uns alle an diese konventionen halten dann sorgen wir gegenseitig dafür dass das was wir so produzieren tatsächlich auch verständlich ist und ein indikator der so ein bisschen nachträglich dazu führen kann die code qualität zu verbessern ist das ganz bewusste achten darauf bekannte fehler zu vermeiden es gibt so ein begriff in der software technik oder eine software entwicklung der heißt code smells und der bezeichnet stellen in ihrem quellcode die eigentlich erstmal gar nicht falsch sind also das sind keine syntaktischen fehler das sind auch keine bugs oder so sondern das sind konstruktionen die sie bewusst oder unbewusst in ihren quellcode eingebracht haben von denen man weiß dass die auf entweder negative code qualität hinweisen oder ausgangspunkt für spätere probleme sein können also code smells sind bestimmte muster bestimmte strukturen innerhalb ihres quellcodes die wie gesagt an sich gar nicht falsch sind also ihr quellcode funktioniert schon und muss auch nicht automatisch heißen dass der dann ganz schlecht lesbar ist aber das sind dinge von denen weiß man oder wissen leute die sich irgendwie länger damit beschäftigt haben dass das ein guter indikator dafür ist dass da irgendwas nicht so ganz richtig ist oder dass man das qualitativ auch besser machen kann es gibt so ein paar beispiele ich werde jetzt nicht alle ausführen aber ich zeige ihnen ein paar sachen versucht das an einem konkreten beispiel auch ein bisschen deutlicher zu machen sie können ja mal in den chat reinschreiben so ganz kurz immer ob sie diese begriffe vielleicht schon mal gehört haben kennen sie den begriff duplicate code schreiben sie mal ganz schnell in den rocket chat oder in den twitch chat rein einfach nur ja nein ob sie den begriff schon mal gehört haben im moment schaut 50 50 aus auf twitch kennen leute den begriff im rocket chat vielleicht nicht unbedingt ist jetzt vielleicht auch weniger gar nicht verwunderlich weil zumindest für einige die jetzt irgendwie den dh master studieren jetzt noch nicht so viele programmierkurse auf dem blatt standen duplicate code heißt dass sie irgendwo oder an mehreren stellen innerhalb ihres quellcodes funktionen oder mehrere zeilen haben die sich wiederholen sie schreiben irgendwo in ihrer klasse eine bestimmte abfolge von befehlen und die gleiche abfolge von befehlen taucht einer anderen stelle auch wieder auf das ist jetzt wie gesagt erstmal nicht schlimm oder schlecht das ist aber ein indikator dafür dass man das auch besser machen könnte wenn ich an mehreren stellen vielleicht die gleichen befehle aufrufe vielleicht nur mit unterschiedlichen parametern dann kann ich mir auch überlegen ob ich das nicht vereinheitliche zu zum beispiel einer funktion und da nur noch eine stelle habe an der diese funktionalität tatsächlich implementiert wird und dann vielleicht auch später gewartet werden muss ich habe ihnen da auch ein beispiel für mitgebracht das können wir uns gleich anschauen gehen wir vorher vielleicht noch mal die anderen sachen durch das müssen wir jetzt auch nicht im chat oder sowas abfragen sie können ja gerne im hintergrund immer sagen ob sie das kennen oder nicht ich werde es aber trotzdem einfach jedes mal kurz erklären achten sie wenn sie methoden schreiben darauf wie viele parameter sie diesen methoden geben wenn sie eine methode schreiben die oder ein konstruktor je nachdem in welcher programmiersprache sie arbeiten da ist das häufig auch der fall und dann plötzlich irgendwie so 20 parameter in diesen klammern stehen dann könnte das ein indikator dafür sein dass diese methode viel zu viel macht oder dass dieser prozess den sie da implementieren viel zu viele bedingungen hat und dann sollten sie darüber nachdenken muss das tatsächlich sein oder laufen vielleicht in dieser methode mehr als eine größere aktion ab die man vielleicht auf unterschiedliche methoden aufteilen kann oder gibt es vielleicht bestimmte informationen die nicht unbedingt als parameter an eine methode übergeben werden müssen sondern die man vielleicht innerhalb dieser methode generieren kann schauen sie sich an wie lange ihre methoden sind es kommt am ende vielleicht auf die auf das gleiche ergebnis dann wieder raus wenn sie eine methode schreiben die über eine halbe seite geht dann analysieren sie die im detail und überlegen sie sich ob sie da vielleicht auch wieder mehr als eine größere aktion erledigen funktion oder methode das zumindest die konvention bei der in der programmierung sollte immer eine aufgabe erledigen vielleicht mit bestimmten eingabe werten bestimmte ausgabe werte generieren eine bestimmte aktion im user interface durchführen und das möglichst kurz und knapp machen wenn eine methode sehr lang ist dann kann das muss es nicht unbedingt ein indikator dafür sein dass da vielleicht mehr als eine sache passiert und man das ein bisschen auseinander ziehen kann wenn ich wollte sagen wenn sie sich das in der literatur anschauen dann hören sie oder sehen sie manchmal da bestimmte empfehlungen das stimmt aber eigentlich gar nicht so guten büchern über code qualität taucht so was eigentlich nicht mehr auf aber sie finden das häufig vielleicht auf irgendwelchen älteren folien setzen von professoren oder professorin die sich vielleicht gar nicht so lange oder nicht mehr so intensiv mit diesem thema auseinandergesetzt haben oder sie finden das in irgendwelchen blog einträgen dass dann solche sachen auftauchen wie wenn eine methode mehr als zehn zeilen hat dann muss die umgebaut werden das ist meiner meinung nach nicht ganz richtig das ist vielleicht irgendwie so eine nette daumen regel wenn wir mehr als zehn zeilen haben fangen wir an darüber nachzudenken ob diese methode zu lang ist aber es gibt einfach auch probleme die in sich geschlossen sind und die vielleicht ein bisschen mehr arbeit erfordern dementsprechend sollten sie einfach nur so ein offenes auge dafür haben dass sie methoden oder andere strukturen auch einfach mal nach ihrem umfang bewerten und sich vielleicht anschauen kann wenn ich die überarbeiten aber nicht zwangsläufig dann immer denken müssen wenn ich jetzt irgendwie so eine bestimmte anzahl an zeilen überschritten habe muss ich irgendwas tun überlegen sie sich ob irgendwie viel zu viel aus einer methode zurückgegeben wird an ganz ganz vielen stellen das beispiel was man sich vorstellen könnte ist dass sie eine methode haben die vielleicht fünf oder sechs unterschiedliche fälle berücksichtigt für irgendwelche kombinationen aus ein und ausgabe werten oder an ganz ganz vielen stellen sehr unterschiedliche ergebnisse zurück liefert das wird nicht so leicht verständlich sein das wird vielleicht sich auch nicht sinnvoll in den programm fluss gene integrieren lassen können weil sie die methode aufrufen und dann erstmal nachschauen müssen was sie da zurückbekommen haben das ist auch ein einfach ein indikator dafür dass sie an dieser stelle vielleicht einfach nur darüber nachdenken sollte was machen sie da eigentlich in dieser methode und kann man das nicht auch anders machen überlegen sie sich wenn sie sich die bezeichner von variablen oder sowas anschauen sind die zu kurz oder sind die zu lang die sollten genau in der mitte sein genau richtig sein also so kurz und knapp dass man sie lesen kann aber noch umfangreich genug dass sie auch sprachliche mittel sinnvoll einsetzen können um zu beschreiben was in dieser variabel drin steht diese klassiker sie erstellen variabel xyz das macht vielleicht sinn wenn man mathematische operationen durchführt wenn man irgendwelche user interface elemente aktualisiert sind das keine guten bezeichner das sind alles sachen die so in den bereich methoden oder variablen gehen es gibt das ganze dann natürlich auch für übergeordnete komponenten sowas wie klassen oder module oder je nachdem in welcher anderen programmiersprache sie arbeiten vielleicht irgendwelche kunst konstrukts oder sowas aber das sind letztendlich die gleichen sachen wir schauen uns einfach die gestaltung von einem bestimmten teilbereich unseres quer kurz an jetzt vielleicht von einer klasse oder in javascript dann von einem prototypen und wir beurteilen einfach mal ist die vielleicht einfach vom umfang her sehr groß könnte ein indikator dafür sein dass auch hier wieder wesentlich zu viel passiert so eine klasse im ganz klassischen sinne der objekt orientierten programmierung sollte ja eine bestimmte einen bestimmten teilbereich eine bestimmte gruppe von objekten klassifizieren eine bestimmte funktion bereitstellen einer funktionalität bereitstellen und wenn sie irgendwie sehr umfangreiche klassen haben kann das einfach ein indiz dafür sein dass da auch wieder vielleicht ein zuständigkeitsbereiche gemischt werden dass da zu viel drin passiert feature envy nennt man dann eine besondere form davon wenn eine klasse versucht ganz ganz über funktionalität gut irgendwo gut gut zu gut 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 Vielen Dank. 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 Das heißt, wenn Sie plötzlich anfangen, per Copy and Paste zu programmieren innerhalb Ihres eigenen Codes, dann erzeugen Sie ganz bewusst Duplicate-Code. Dann das am besten gleich sein lassen. Dann fügen wir das Ganze zum Body hinzu. Und anstatt dieses Stück Code an allen Stellen so hinzuschreiben, verwenden wir dann an den Stellen, wo dieser Quellcode gebraucht wird, nur noch den Funktionsaufruf. Also wirklich sehr konstruiertes und sehr einfaches Beispiel dafür, woher dieser Duplicate-Code kommen kann, wie man ihn identifizieren kann und was zumindest jetzt in diesem sehr einfachen Beispiel eine Lösung dafür wäre. Der Prozess, um von der Prozess, um von der linken Seite zur rechten Seite zu kommen, den nennt man übrigens Refactoring. Das ist der Begriff dafür, dass wir unseren Quellcode qualitativ verbessern, neu strukturieren, ohne die Funktion zu manipulieren. Also der linke Code und der rechte Code machen genau das Gleiche. Da werden zwei neue HTML-Elemente angezeigt mit diesen beiden Texten. Funktional sind die also identisch, nur zumindest jetzt aus meiner subjektiven Perspektive ist dieser rechte Code wesentlich besser und ich habe den Refactored, ich habe den linken Code Refactored zu dieser rechten Repräsentation. Wir schauen uns jetzt im nächsten Teil eine ganz konkrete Möglichkeit an, die Qualität von unserem Code zu steigern. Also wir haben jetzt gerade gesehen, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Kriterien, die man irgendwie als Qualitätsmaßstab sehen kann. Es gibt ganz, ganz viele Indikatoren für schlechte Qualität und wir schauen uns jetzt, weil das auch ganz am Anfang von jedem Projekt vielleicht so die erste Möglichkeit ist, schon mal für gute Qualität zu sorgen, einen ganz konkreten Themenbereich an. Und was ich mir jetzt mit Ihnen anschauen möchte, ist, wie wir es schaffen, unseren Quellcode, den wir für unsere JavaScript-Anwendungen brauchen, auf unterschiedliche Komponenten aufzuteilen. Ganz kurz, was ist der Stand? Im Moment schreiben wir unseren JavaScript-Code komplett in eine Datei. Sie haben irgendwo eine JavaScript-Datei, da schreiben Sie Ihren Code rein, zum Beispiel das, was Sie da auf der linken Seite sehen. Sie binden den in eine HTML-Datei ein und das ist dann Ihre JavaScript-Anwendung. Das haben wir letzte Woche so gemacht, das hat letzte Woche auch funktioniert. Ich habe aber schon gesagt, das machen wir nie wieder so. Ab sofort gilt, wir versuchen, wenn das sinnvoll ist, irgendwie mehr Struktur in unsere Anwendung hier reinzubringen. Und die erste Möglichkeit, wie Sie Ihre Anwendung strukturieren können, vor allem für sich selber, gar nicht so sehr für die Nutzer und Nutzerinnen, ist, diesen Quellcode auf verschiedene Dateien aufzuteilen. Das ist ein Konzept, wenn Sie in einer anderen Programmiersprache Erfahrung haben, dann kennen Sie das. Das ist hoffentlich nichts Neues, diese Idee, dass wir gerade für uns als Entwickler und Entwicklerinnen einfach das physikalische Dateisystem von dem Rechner, auf dem wir arbeiten, nutzen und uns die verschiedenen Bereiche unserer Anwendung tatsächlich auch dann in unterschiedlichen Dateien implementieren, zurechtlegen, damit wir da vielleicht ein bisschen mehr einen Überblick behalten, wo an welcher Stelle was ist. Das ist noch völlig losgelöst von irgendwelchen inhärenten Komponenten oder Strukturierungsmaßnahmen der Programmiersprache selber. Also in JavaScript haben wir sowas wie Prototypen, wir werden heute Namespaces und dann die eigentlich besseren Module kennenlernen. Das sind inhärente Komponenten der Programmiersprache, um Struktur zu schaffen. Und dieses mit den Dateien, das ist noch eine Ebene darüber. Da geht es jetzt erstmal darum, wie wir für uns unser Projektverzeichnis, unseren Programmcode strukturieren. Also wir wollen von dieser Lösung weg, dass es eine Datei mit dem ganzen Code gibt. Warum? Ich hoffe mal, das liegt so ein bisschen auf der Hand. Selbst wenn Sie das noch nie gemacht haben, wenn Sie jetzt, das hoffe ich mal ist nicht der Fall, irgendwie einen Python-Kurs besucht haben, wo Sie alles in eine große Datei geschmissen haben, dann sollte Ihnen, wenn Sie ein bisschen darüber nachdenken, klar sein, dass es bestimmte Strukturebenen in einem Programmcode gibt. Und wenn wir irgendwelche Möglichkeiten haben, diese Strukturebenen, sei es durch Mittel der Programmiersprache oder durch sowas wie tatsächlich die Dateien, die unser Projektverzeichnis ausmachen, abzubilden, dann sollten wir das machen. Also streben Sie immer nach maximaler Struktur. Es gibt immer irgendwelche Unterschiede, strukturellen Unterschiede in Ihrer Anwendung. Es gibt vielleicht irgendwelche Teilbereiche, die was damit zu tun haben, den DOM, das User Interface zu aktualisieren. Und es gibt andere Teilbereiche, die vielleicht eher was damit zu tun haben, irgendwelche Daten zu generieren oder erstmal zu beschaffen. Das sind völlig konstruierte Beispiele, aber Sie werden das in den Programmen, die Sie schreiben müssen, feststellen, dass es unterschiedliche Bereiche, logische Bereiche gibt und die würden wir vielleicht gerne auch tatsächlich maximal voneinander trennen, um einfach den Überblick zu wahren. Dieser Überblick ist super wichtig, denn je komplexer und größer die Probleme werden, die wir lösen müssen, desto komplexer wird die Software, die wir dafür schreiben müssen. Und wenn wir uns nicht von vornherein Gedanken darüber machen, wie wir unseren Programmcode strukturieren können, dann werden wir irgendwann den Überblick verlieren. Wenn Sie das schon mal irgendwie gemacht haben, weiß ja nicht, was denn so Ihre Erfahrungen vielleicht auch außerhalb des universitären Kontextes sind, gerade wenn man vielleicht anfängt, sich selber so ein bisschen Programmieren beizubringen und solche Sachen nicht gesagt bekommt, dann fängt man vielleicht irgendwie an, einem kleinen Programm zu schreiben und es wird immer größer, man entwickelt irgendwie sein erstes kleines Minispiel und hat dann irgendwann eine Klasse, die irgendwie tausend Zeilen groß ist und wenn man da mal eine Woche nicht dran arbeitet, dann weiß man einfach nicht mehr, was da passiert, weil man nur diese eine Datei als mentales Modell hat und vielleicht keine weiteren Strukturierungen. Das heißt, saubere Trennung von verschiedenen Komponenten auf verschiedene Dateien hilft Ihnen, dabei Überblick zu bewahren über Ihre eigene Software. Und, das wieder in Klammern, wenn wir irgendwie Komponenten identifizieren innerhalb unserer Anwendungen, die einen bestimmten Aufgabenbereich haben und die dann auch von vornherein separieren in einer bestimmten Datei, dann können wir die auch relativ leicht rauslösen und vielleicht in einem anderen Programm verwenden, indem wir die Datei dann in das andere Projektverzeichnis kopieren. Aber nochmal, es mag passieren in einigen Fällen, aber Sie sollten nicht davon ausgehen, dass Sie irgendwann sich nur noch aus dem, was Sie mal programmiert haben, dann eine neue Lösung zusammenstöpseln können. Das ist nicht das, was mit Wiederverwertung normalerweise gemeint ist. Wie können wir das jetzt in JavaScript machen? Ich habe das jetzt mal auch wieder nur exemplarisch, also das ist nicht wirklich eine sinnvolle Aufteilung, die jetzt hier vorgenommen wird, die dient nur dazu, um so ein bisschen zu beschreiben, wie das Ganze funktionieren kann. Ich habe den Code von eben aufgeteilt auf zwei Dateien. Ich habe in eine Datei listener.js den Code reingeschrieben, in dem es darum geht, einen Klick-Listener auf einem bestimmten HTML-Element abzufangen und zu verarbeiten. Einmal mit dieser Setter-Methode, in der der Listener registriert wird, und dann der Callback-Methode, in der der Event abgefangen wird. Und ich habe eine andere Datei, in der diese Funktion aufgerufen wird. Also ich habe das Ganze auf zwei verschiedene Dateien aufgeteilt und ich kann beliebig viele Dateien in meine HTML-Datei einbinden. Also ich kann jetzt erst diese Listener-Datei oben in den HTML-Code über einen Script-Tag einbinden und danach diese init.js-Datei mit der Methode, die die Funktion aus der anderen Datei aufruft. Die werden dann in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt. Also der Browser führt zuerst diese listener.js-Methode aus, da werden diese Methoden angelegt, dann wird die init.js-Datei ausgeführt und diese Initialisierungsfunktion wird aufgerufen, die dann die vorher definierten Funktionen tatsächlich aufruft. Wir kommen gleich dazu, warum das funktioniert. Und ich sage Ihnen jetzt schon mal, dass wenn Sie das auf diese Art und Weise machen würden, dann spielt die Reihenfolge, in der Sie diese Dateien einbinden, dann im schlimmsten Fall eine Rolle. Also dann ist es wichtig, dass vielleicht zuerst irgendwie die Datei eingebunden wird, in der eine bestimmte Funktion definiert wird, bevor dann im nächsten Fall die Datei eingebunden wird, die diese Funktion nutzt. Aber wir haben die Möglichkeit. Und für zumindest so die nächsten zehn Minuten ist das jetzt hier auch eine gute Lösung für uns. Wir werden gleich sehen, wie es besser funktioniert. Aber wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, so viele JavaScript-Dateien, wie wir wollen, in unser HTML-Dokument einzubinden und der Browser interpretiert die in der Reihenfolge, wie sie im HTML-Dokument aufgeführt werden. Das heißt für uns, wir können unseren Code erstmal ganz einfach auf ganz viele Dateien, wenn wir wollen, aufteilen. Das ist für uns eine gute Idee. Wir können jetzt zumindest schon mal ganz grob vielleicht irgendwie bestimmte Funktionsbereiche, bestimmte Abläufe voneinander trennen. Wir können vielleicht tatsächlich irgendwie unser User-Interface in einer Datei implementieren. Wir können vielleicht irgendwie den Zugriff später auf eine Datenbank in einer anderen Datei implementieren. Wir können vielleicht irgendwelche Hilfsfunktionen, die wir in all unseren Projekten brauchen, über eine dritte Datei bereitstellen und damit dann so ein bisschen Überblick schaffen. Wichtig ist, dass wir nicht vergessen, dass das eine Perspektive von uns auf das Projekt aus Sicht eines Entwicklers oder einer Entwicklerin ist. Das heißt, für uns sind so ganz viele Dateien super, weil wir den Überblick behalten können. Wir finden uns in unserem eigenen Projekt zurück. Wenn wir das eins zu eins auf die User übertragen würden und unsere Anwendung so ausliefern würden in dieser Form, kann das zu Problemen führen. Ich möchte jetzt gar nicht zu stark darauf eingehen, was das für Probleme sind. Ich sage Ihnen nur ganz kurz, und Sie glauben mir das einfach, wenn Sie 20 JavaScript-Dateien in das HTML-Dokument einbauen, dann dauert es länger, diese 20 Dateien auszuführen, als wenn Sie den ganzen Code in eine Datei reinpacken würden. Der Grund ist einfach, dass jedes Mal, wenn der Browser auf eine Datei, eine JavaScript-Datei stößt, die eingebunden ist über einen Tag, im schlimmsten Fall der Inhalt dieser Datei vom Server angefordert werden muss und erst wenn er da ist, kann er ausgeführt werden. Es gibt Probleme, wenn wir unsere Entwicklerperspektive eins zu eins auf die Nutzerperspektive übertragen, was irgendwie die Strukturierung von unserem Quellcode angeht und deshalb, und das reicht dann auch an dieser Stelle, gibt es, wenn Sie professionell Webentwicklung oder Softwareentwicklung betreiben, in der Regel irgendwelche Prozesse, die den Quellcode, so wie Sie ihn bei der Entwicklung nutzen, überführen in eine Repräsentation, so wie sie später beim Nutzer oder der Nutzerin ankommt. Das nur so am Rande. Das müssen wir in diesem Kurs überhaupt nicht berücksichtigen, weil so weit gehen wir gar nicht und wir werden eh noch ein paar Möglichkeiten kennenlernen, wie wir das ein bisschen entkräften können, aber denken Sie nur daran. Das ist ja auch eine ganz interessante Perspektive, dass wir vielleicht auf unseren Quellcode anders schauen als die Nutzer und Nutzerinnen aus verschiedensten Gründen. Um zu verstehen, wie oder warum das erstmal funktioniert, dass wir unsere JavaScript-Anwendung auf mehrere Dateien aufteilen können, müssen wir uns ein bisschen mit Scopes beschäftigen. Den Begriff kennen Sie vielleicht auch schon aus unterschiedlichen Programmiersprachen. Vielleicht auch nochmal ganz kurz einfach im Chat reinschreiben, wenn Sie eine Vorstellung davon haben oder glauben, eine Vorstellung davon zu haben, was Scope im Kontext der Programmierung bedeutet. Also gerade vielleicht so im Kontext von einer Variabel oder einer Funktion oder sowas. Ich glaube, das ist irgendwie ein Begriff, den kennt man schon, den kennt man auch aus Python. Sie sehen hier auch dieses Zitat, das haben Sie sich mittlerweile eh vielleicht selber schon durchgelesen. Scope heißt einfach erstmal oder bezeichnet einfach erstmal den Bereich innerhalb Ihres Quellcodes, in dem eine bestimmte Variabel oder eine bestimmte Funktion gültig ist bzw. verwendet werden kann. Also innerhalb eines bestimmten Bereichs unseres Quellcodes können wir auf eine bestimmte Variabel zugreifen und die verwenden. Das gibt es auch in JavaScript und in JavaScript gibt es, wie in den meisten Programmiersprachen, unterschiedliche Scopes. Also je nachdem, wo zum Beispiel eine Variabel oder eine Funktion definiert wird innerhalb Ihres Quellcodes, hat diese Variabel einen anderen Gültigkeitsbereich. Es gibt den sogenannten globalen Scope oder global Scope. Wenn Sie ohne weitere Strukturierungsmaßnahmen in eine Quellcodes-Datei in JavaScript irgendwo eine Variabel hinschreiben, außerhalb einer Funktion und minus so ein paar Sonderfälle, dann wird diese Variabel im globalen Scope angelegt. Also wir können später dafür sorgen, dass das nicht der Fall ist, aber wenn wir erstmal außerhalb eines Funktionsscopes eine Variabel anlegen, dann taucht diese Variabel ganz, ganz oben im globalen Kontext unserer Anwendung und auch des Browsers bzw. des JavaScript-Kontexts, in dem unsere Anwendung ausgeführt wird, auf. Das heißt, wir spielen da in einem Bereich, in dem unter bestimmten Umständen auch andere Sachen eh schon drin sind. Also das ist der Bereich, wo zum Beispiel dieses Document-Objekt drin ist. Das kennen Sie ja, damit greifen Sie ja auf den DOM zu. Sie haben vielleicht schon andere so eingebaute Variablen oder Objekte kennengelernt im Browser, die Sie verwenden. Und wenn wir eine Variabel im global Scope anlegen, dann ist die auf der gleichen Ebene. Wenn wir eine Variabel im Funktionsbereich anlegen, also innerhalb einer Funktion, innerhalb dieser geschweiften Klammern, dann ist diese Variabel nur innerhalb dieser Funktion gültig. Also eine Variabel, die innerhalb einer Funktion angelegt wird, auch eine Funktion, die innerhalb einer Funktion angelegt wird, ist nur in dem Funktionsscope gültig und verwendbar. Das gilt sowohl für Variablen, die mit LED als auch mit VAR definiert werden. Die sind immer auf den umschließenden Funktionsbereich beschränkt. LED nochmal ein bisschen stärker, weil es dann auch um den Block geht. Aber es geht nie über den Funktionsscope hinaus, wenn Sie eine Variabel innerhalb dieser Funktion definieren. Dann gibt es noch den Blockscope. Das ist alles, was innerhalb eines Blockes und nur innerhalb eines Blockes definiert wird. Und alles, was da drin dann definiert wird, ist auch nur innerhalb dieses Blocks tatsächlich zugänglich. Das gilt nicht für Variablen, die mit dem VAR-Schlüsselwort innerhalb eines solchen Blockes angelegt werden. Die werden automatisch für den umschließenden Funktionsscope auch zugänglich gemacht. Das heißt, wenn Sie wirklich sicherstellen wollen, dass Sie nur diesen Blockscope ausnutzen, also wirklich nur das, was in den nähergelegensten Klammerpaaren drinsteht, dann müssen Sie zum Beispiel eine Variabel mit diesem LED-Schlüsselwort einleiten. Das stellt dann ganz sicher, dass das, was in dieser Variabel drinsteht, wirklich nur innerhalb des umschließenden Blocks gültig ist. Es gibt noch so ein paar Besonderheiten, die man da berücksichtigen muss. Zum Beispiel, dass jetzt im Hintergrund von diesen Variablen und den Scopes JavaScript die Variablen, egal wo sie angelegt werden, immer ganz am Anfang von dem jeweiligen umschließenden oder gültigen Scope definiert. Aber das können wir uns dann im Detail mal im Laufe des Semesters anschauen. Wichtig ist nur, es gibt diese drei unterschiedlichen Scopes, mindestens in JavaScript der globale Scope für alles, der Funktionsscope innerhalb einer wohl definierten und von uns festgelegten Funktion und den Blockscope innerhalb der geschweiften Klammern. Die können ineinander übergreifen. Warum müssen wir uns Gedanken darüber machen und warum zum Beispiel müssen wir uns vor allem Gedanken über diesen globalen Scope machen, also diesen großen Bereich, in dem sich eigentlich alles abspielt, was in dem JavaScript-Context passiert und eben auch das abspielt, was nichts mit unserer Anwendung oder mit unserem Code zu tun hat. Wir sind nicht alleine in diesem Scope. Also da tauchen ganz, ganz viele Variablen und Objekte auf, die der Browser uns bereitstellt. Zum Beispiel, wie gerade eben schon erwähnt, um die DOM-Funktionalität zu nutzen. Also Document, Objekt oder sowas, das ist in diesem globalen Scope definiert. Es kann der Fall auftreten, das gilt aber nicht für alle Objekte oder APIs, die der Browser Ihnen bereitstellt, dass Sie theoretisch dann auch Dinge überschreiben könnten. Also wenn Ihnen irgendwie eine Library, die Sie importieren oder vielleicht der Browser, eine bestimmte Variable zur Verfügung stellt, mit der Sie zum Beispiel Funktionalitäten vom DOM oder von irgendeiner anderen Methode oder Library nutzen können, dann könnten Sie theoretisch, wenn Sie in dem gleichen Scope arbeiten und diese Variable überschreiben, zumindest für die aktuelle Sitzung Funktionalität aus dem Browser entfernen oder zumindest aus Ihrem Kontext, aus Ihrer Webseite entfernen, indem Sie da irgendwas anderes reinschreiben. Das gilt, wie gesagt, nicht für alle Sachen. Also es gibt natürlich gewisse Dinge, die der Browser auch vor sowas schützt, durch eben entsprechende Verwendung von irgendwelchen Final-Variablen oder sowas, die da nicht überschrieben werden können. Aber theoretisch ist das möglich. Wenn mehrere JavaScript-Anwendungen oder Ihre JavaScript-Anwendungen, irgendwie eine Bibliothek oder so, im globalen Scope zusammen gleichzeitig aktiv sind, dann könnte man sich da in die Quere kommen, wenn man irgendwelche Variablen überschreibt. Wir verlieren auch so ein bisschen die Übersicht, wenn wir diesen globalen Scope als einziges Strukturmerkmal verwenden. Also wenn wir uns keine Gedanken darüber machen, wie wir unsere Anwendung strukturieren und einfach bewusst oder unbewusst das alles in diesen globalen Scope reinpacken, dann geht irgendwann die Übersicht verloren. Wir wissen nicht mehr, was ist da eigentlich von uns drin, was kommt vom Browser und können wir das irgendwie gefahrlos löschen und überschreiben oder machen wir da irgendwie gerade ganz schlimme Dinge. Wir sollten uns auch über das Thema Sicherheit so ein bisschen Gedanken machen. Sicherheit heißt jetzt in dem Sinne nicht, dass in der Regel wirklich schlimme Dinge passieren können. Also so ein Browser ist schon sehr, sehr gut irgendwie eigentlich abgesichert, was den JavaScript-Kontext angeht, gegen wirklich schlimme Sicherheitsprobleme. Aber wir können natürlich vielleicht irgendwie zumindest dafür sorgen, dass der Programmablauf gestört wird, dass wir vielleicht unbewusst Teilbereiche von unserer Anwendung freigeben für andere, vielleicht Bibliotheken, Plugins, Extensions oder sowas, die in diesem Scope auch aktiv sind. Also ein bisschen müssten wir uns schon darüber Gedanken machen, was wir in diesen globalen Scope reinschreiben, weil das eben theoretisch auch von anderen Bereichen gelesen werden kann. Und grundsätzlich gilt, versuchen Sie irgendwie, wenn es nicht notwendig ist, irgendwie so wenig Internes über den Ablauf von Ihrer Software explizit über Schnittstellen nach außen zu geben, gar nicht so sehr, weil dann irgendwelche JavaScript-Hacker aktiv werden. Das ist gar nicht so das große Problem, sondern weil dann einfach auch Fehlbedienungen oder sowas tatsächlich vermieden werden. Wenn die Funktionalität Ihrer Anwendung schön gekapselt ist in einem Bereich, dann ist die Gefahr, dass irgendeine andere Komponente versucht, irgendwie auf Ihre JavaScript-Anwendung zuzugreifen und irgendwelche Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun sollte, sehr gering. Also es macht sehr viel Sinn, diesen globalen Scope zu meiden. Eine Möglichkeit, wie wir den meiden können, und wir machen jetzt wieder so einen mehrstufigen Prozess zu dem, was wir eigentlich verwenden wollen, und wir fangen damit an, dass wir uns über Namespaces Gedanken machen. Eine Möglichkeit, diesen globalen Scope ein bisschen effektiver und strukturierter zu nutzen, sind sogenannte Namespaces. Die Idee ist, wir bündeln alles, was zu unserer Anwendung gehört, in einem Objekt und speichern dieses Objekt in dem globalen Scope ab, sodass dann als Ergebnis in diesem globalen Scope, in dem sich auch ganz, ganz viele Sachen abspielen, die nichts mit unserer Anwendung zu tun haben, nur eine Stelle befindet, die etwas mit unserer Anwendung zu tun hat. Und alles andere ist diesem Objekt irgendwie als Eigenschaften oder sowas untergeordnet. Also wir haben den globalen Scope. Da sind solche wichtigen Dinge drin, wie diese Window-Variable, mit der wir auf das aktuelle Browserfenster den Tab zugreifen können. Wir haben das Document-Objekt, was über die Variable Document zugänglich gemacht wird in diesem globalen Scope. Und wir haben unser eigenes Objekt, das habe ich jetzt mal mein Namespace genannt, und das ist der einzige Punkt unserer Anwendung, der in diesem globalen Scope existiert. Alle Funktionen, die wir brauchen, alle Variablen, die wir brauchen, sind entweder direkt oder indirekt Teil von diesem MyNamespace-Objekt. Das könnte zum Beispiel so ausschauen. Wir erstellen dieses neue Objekt und wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel eine Variable oder sowas in unserem Programm brauchen, um Hello World zu speichern, dann definieren wir die nicht im globalen Scope, sondern wir definieren die als Teil von diesem MyNamespace. Das wird später natürlich ein bisschen komplexer und auch ein bisschen sinnvoller, aber das ist die Idee. Alles, was zu unserer Anwendung gehört, landet in diesem Namespace-Objekt. Da können auch Funktionen abgespeichert werden, die wir vielleicht irgendwie für unsere Anwendung brauchen. Also in diesem Beispiel sehen Sie so ein String und ein Objekt literal, aber Sie können in diesem Namespace dann auch Funktionen abspeichern, die Sie brauchen. Das funktioniert deshalb, weil Funktionen in JavaScript ja ein bisschen flexibler sind, als wir das vielleicht aus anderen Programmiersprachen kennen. Wir können nochmal ganz kurz rekapitulieren, was wir so für Möglichkeiten haben, Funktionen in JavaScript zu definieren. Das hier kennen Sie. Sie schreiben die Funktion einfach hin, geben deren Namen, rufen die dann später auf, nennt man Named-Function, also eine Funktion, die einen expliziten Namen hat und die irgendwo in unserem Quellcode auch als solche definiert ist. Es gibt auch sowas. Anonyme Funktionen kennen Sie auch schon, weil Sie die vielleicht verwendet haben, um einen Listener oder sowas zu implementieren beziehungsweise ein Event abzufangen. Die Funktion hat keinen Namen, die existiert nur an genau der Stelle, an der sie definiert worden ist und wird dann in der Regel, das sehen Sie unten in dem Beispiel, als Parameter verwendet. Also wir brauchen irgendeine Funktion, die diesen Click-Event auf dem Element abfängt und wir definieren dafür an genau der Stelle inline eine anonyme Funktion, die liegt irgendwo im Speicher und kann dann von da aus, von der Stelle, in der sie definiert worden ist, auch referenziert werden. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie wir in JavaScript Funktionen definieren können oder einen anderen Typ davon, wenn wir nämlich diese anonymen Funktionen mit einer Variabeldeklaration kombinieren. Wir können auf der rechten Seite eine Funktion erstellen über den entsprechenden Syntax und dann das Ergebnis oder die Referenz auf diese Funktion in einer Variabel abspeichern. Das nennt man dann Function Expression, weil das ein Ausdruck ist, mit der diese Funktion erzeugt wird. Der Ausdruck auf der rechten Seite wird ausgewertet, beziehungsweise der Ausdruck insgesamt wird ausgewertet und das, was auf der rechten Seite rauskommt, nämlich die Funktion, wird in der Variabel auf der linken Seite abgespeichert. Und dadurch, dass wir so etwas machen können, nämlich Funktionen in Variabeln auch abspeichern, können wir dann theoretisch solche Sachen auch wieder in unser Namespace-Objekt überführen. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir neben Variabeln und zwischen Eigenschaften und irgendwelchen anderen Sachen eben auch Funktionen in diesem Namespace-Objekt bündeln und vor dem restlichen globalen Scope schützen. Schaut dann so aus. Wir haben unser Namespace-Objekt. Das ist jetzt ein bisschen umfangreicher, diese Deklaration. Wir schauen nämlich erst mal nach, ob es schon ein Objekt unter diesem Namen gibt. Immer wenn Sie in den globalen Scope reinschreiben, dann ist es nicht verkehrt, das nicht unüberlegt zu tun, sondern erst mal zu schauen, gibt es schon irgendwo ein Objekt oder irgendein Konstrukt, was unter diesem Namen im globalen Scope referenziert wird. Und wenn es das schon gibt, dann verwenden Sie das. Und wenn es das nicht gibt, dann erzeugen Sie ein neues Objekt, weil dann ist dieser Name noch frei und Sie können den verwenden. Das ist gerade dann wichtig, wenn Sie vielleicht solche Namespaces auch über mehrere Dateien verteilt verwenden möchten. Also was diese erste Zeile macht, wenn man das ganz kurz übersetzen möchte, wir erzeugen eine neue Variable, wir speichern uns in dieser Variable entweder den Wert, den mein Namespace in diesem Moment hat, also wenn es schon eine globale Variable mit diesem Namen gibt, holen wir uns den Wert und wenn das nicht der Fall ist, das wird durch diese beiden Striche, durch das Oder ausgelöst, dann generieren wir an der Stelle ein neues, leeres Objekt. Das sind diese beiden geschweiften Klammern und arbeiten dann damit weiter. Unabhängig davon, ob es im globalen Scope schon dieses Objekt unter diesem Namen gibt oder wir es gerade angelegt haben, nach dieser Zeile haben wir immer unser Namespace-Objekt unter dieser Variable zur Verfügung. Und wenn wir wollen, können wir dann auch irgendwelche Funktionen da reinschreiben, wie Sie das dann im weiteren Verlauf von diesem Code-Beispiel sehen, nämlich einmal mit dieser init-Funktion oder mit der do-star-Funktion, die dann über das Namespace-Objekt auch referenziert und aufgerufen werden können. Also Funktionen werden als Eigenschaften von diesem Objekt definiert und dann entsprechend darauf gerufen. Jetzt haben wir Namespaces, mit denen können wir irgendwie unseren Code ein bisschen strukturieren. Wir können die Bereiche im globalen Scope, die wir verwenden, reduzieren auf ein einziges Objekt und das ist alles irgendwie super toll, aber das ist nicht, wie Sie im Jahr 2020 JavaScript programmieren müssen. Also Namespaces kann man immer noch verwenden, werden von ganz vielen Bibliotheken oder sowas auch sicherlich noch verwendet, aber es gibt mittlerweile wesentlich bessere Möglichkeiten in Web-Anwendungen, die Sie für den Browser entwickeln, dieses Strukturelement einzubauen und diese Modularisierung oder diese Strukturierung von Ihrer Anwendung auch die Trennung vom globalen Scope umzusetzen. und das Mittel, was wir eigentlich verwenden sollten, wenn wir für einen modernen Browser JavaScript-Anwendung schreiben, sind Module. Die Idee ist, wir separieren unterschiedliche Bestandteile von unserer Anwendung in unterschiedlichen Modulen, die jeweils auch durch eine separierte Datei implementiert werden und wir importieren dann in einem Modul die Funktionalitäten des anderen Moduls, die wir an dieser Stelle brauchen. Das Konzept ist nichts, was irgendwie JavaScript erfunden hat. Das kennen Sie vielleicht sogar, wenn Sie jetzt irgendwie an Python zurückerinnern, mit einem etwas anderen Syntax und einer anderen Struktur genauso auch. Wir haben auf der einen Seite diese vielen kleinen, unabhängigen Module, die unsere Anwendung ausmachen. Die liegen im Fall von JavaScript dann irgendwo auf einem Server in irgendwelchen separaten Dateien implementiert und wenn wir eine bestimmte Funktion brauchen, ein bestimmtes Modul, sei es jetzt eine Methode, die da bereitgestellt wird oder ein Prototyp, der bereitgestellt wird, dann holen wir uns den Beibedarf aus dem entsprechenden Modul raus. Also Modul E stellt irgendwie eine Funktion bereit, exportiert diese Funktion aus sich selbst, aus diesem in sich geschlossenen, abgetrennten Bereich und diese Funktion wird dann vielleicht von Modul B importiert, um die dort zu verwenden. Nochmal der Hinweis, das kennen Sie so oder so ähnlich auch aus anderen Programmiersprachen und wenn Sie Python-Erfahrung haben, dann ist dieses Modulkonzept Ihnen nicht so völlig fremd. Es schaut in JavaScript, wie gesagt, ein bisschen anders aus. Ich zeige Ihnen auch gleich, wie das ausschaut, aber die Idee ist die gleiche. Separierte, auch vom Global Scope separierte Teilbereiche, die durch eigene Dateien implementiert werden. Jedes dieser Module ist völlig vom Rest, vom globalen Scope und auch von unserer restlichen Anwendung getrennt. Alles, was da drin passiert, passiert nur intern. Wir können ganz wohl definiert und ausgesucht bestimmte Funktionen, bestimmte Variablen nach außen geben und nur diese explizit exportierten Teilbereiche dann auch in anderen Anwendungskomponenten nutzen. Ich zeige Ihnen mal, wie das ausschauen kann, wie das funktionieren könnte. Ich habe hier ein Modul. Schaut erst mal aus, wie ein ganz normaler JavaScript-Code, so wie wir den auch bis jetzt schon geschrieben haben. Der ist in einer Datei module-a.js implementiert und wir haben da zwei Funktionen drin. Das Wichtige ist, die letzte Zeile. Über dieses neue Schlüsselwort Export und diese geschweiften Klammern exportieren wir eine Funktion aus diesem Modul raus. Alles, was in diesem Modul drinsteht, ist erst mal nur intern in diesem Modul nutzbar. Also niemand kann irgendwie über den globalen Scope zum Beispiel auf diese Sum-Methode zugreifen. Wenn Sie sich das vorstellen möchten, diese Datei wird vom Browser in einem eigenen kleinen Mini-Kontext ausgeführt. Da kann keiner irgendwie darauf einwirken. Und wir exportieren eine dieser Funktionen, die wir hier definiert haben, nämlich diese Average-Methode, aus dem Modul heraus. Diesen Bereich geben wir explizit über die Exportfunktion frei. Den können Sie sich in ein anderes Modul schnappen und verwenden. Der Rest bleibt geschützt. Was passiert hier? Die Methode berechnet aus einem Array den Durchschnittswert, nutzt dafür diese Hilfsmethode, die Modul intern bleibt und diese Average-Methode wird nach außen gegeben. Und das können wir dann nutzen in einem anderen Teilbereich. Es wird jetzt syntaktisch wieder ein bisschen komplizierter, aber das können Sie auch immer einfach kopieren oder sich dann im Laufe der Zeit mal auswendig merken. Wir importieren diese Funktionen, die wir hier exportiert haben, indem wir explizit die Datei angeben, wo die definiert worden ist und holen uns diese Funktionen dann in den Scope von unserem Modul hinein. Also, dieses Modul B hat auch einen abgeschlossenen Scope, der vom Rest der Anwendung getrennt ist. Wir importieren jetzt eine bestimmte Funktion herein, nämlich diese Average-Funktion, und dann können wir die in diesem Modul auch nutzen. Die ist nicht in diesem Modul implementiert, die ist durch den Import-Vorgang von diesem Modul in dieses Modul importiert worden. Wie gesagt, noch mal, so oder so ähnlich kennen Sie das aus Python, da schaut es ein bisschen anders aus, das ist ein bisschen weniger Syntax drumherum um diese Import- und diese Exportfunktionen, aber die Idee ist das Gleiche, also separierte kleine Teilkomponenten, die man losgelöst voneinander implementieren kann. Sie entscheiden als Entwickler und Entwicklerin, welche Teilbereiche sie nach außen geben möchten, indem sie über diese Exportfunktion ganz bewusst bestimmte Funktionen, bestimmte Variablen, bestimmte Prototypen nach außen geben, und auf der anderen Seite holen sie sich dann die Sachen, die sie brauchen, über dieses Import-Statement wieder rein. Kleines Problem, oder sehr großes Problem, das funktioniert jetzt leider nicht mehr mit dem Mechanismus, den wir bis jetzt benutzt haben. Also wenn Sie solchen Code schreiben, dann müssen Sie erstmal dafür sorgen, dass der JavaScript-Code in dem diese Modul-Funktionalität verwendet wird, also zum Beispiel die Datei, die ein anderes Modul importieren möchte, über einen ganz bestimmten Script-Tag in dem HTML-Dokument eingebunden wird. Das ist dann das Type-Attribut, was nicht mehr Application-Slash-JavaScript ist, sondern da muss da ein Modul stehen. Das kann man, glaube ich, noch hinkriegen. Da schreibt man was anderes rein, das ist leicht zu erledigen. Aber wenn Sie dann die Datei öffnen, irgendwie doppelt draufklicken und den Browser öffnen, funktioniert das nicht mehr. Dieses Importieren von einer Funktionalität aus einem Modul in das andere funktioniert nur, wenn die JavaScript-Anwendung, in der das passiert, über einen Web-Server ausgeliefert wird. Also diese Import-Anweisung funktioniert nicht, wenn Sie diese JavaScript-Datei oder die HTML-Datei, in der diese JavaScript-Datei eingebunden wird, einfach per Doppelklick im Browser starten. Das funktioniert nur, wenn diese gesamte JavaScript-Anwendung über einen gerne auch lokalen Web-Server ausgeliefert wird, damit der Browser dann diese Inhalte, also den Content von dieser Datei, in der das Modul importiert wird, auch über eine entsprechende Schnittstelle anfragen und importieren kann. Klingt jetzt erstmal nach einem großen Problem, weil jetzt brauchen wir plötzlich irgendwie Web-Server, nur um irgendwie so eine Mini-JavaScript-Anwendung zu bauen. Das ist aber eigentlich auch kein so großes Problem. Wir müssen uns nämlich eigentlich nur Gedanken darüber machen, wie wir unsere Arbeitsumgebung, die wir vielleicht jetzt eh schon verwenden, für diesen Kurs ein bisschen optimieren. Was brauchen Sie? Sie brauchen bis jetzt einen Texteditor und einen Browser. Also irgendein Tool, mit dem Sie JavaScript-Code schreiben oder HTML-Code oder CSS-Code schreiben und einen Browser, der das Ganze rendert. Das müssen wir jetzt ein bisschen erweitern. Wir brauchen nämlich vielleicht einen guten Editor, also irgendein, vielleicht speziell für die Web-Entwicklung, ausgerichtetes Werkzeug, was uns durch verschiedene Funktionalitäten bei der Entwicklung unterstützt. Und wir brauchen irgendwie einen Web-Server. Also wir wollen irgendwie dafür sorgen, dass, wenn wir jetzt eine HTML-Datei geschrieben haben, JavaScript geschrieben haben, dass wir mit möglichst wenig Aufwand dieses Problem lösen, dass wir nicht mehr per Doppelklick unsere Dateien öffnen, sondern dass wir diese Web-Anwendung, die aus HTML, CSS, JavaScript funktioniert, irgendwie in unseren Browser hineinbekommen und dabei so tun, beziehungsweise eigentlich gar nicht so tun, sondern es tatsächlich auch so machen, diese Sachen über einen Web-Server auszuliefern. Das Ganze führt dann dazu, dass wir wesentlich entspannter entwickeln können, dass wir diese ganzen tollen Strukturmöglichkeiten mit diesen Modulen nutzen können und auch einfach besser wahrscheinlich unsere Anwendung gestalten können. Jetzt ist nur die Frage, woher kriegen wir diesen Web-Server? Müssen wir jetzt irgendwie Web-Server mieten? Müssen wir irgendwie Apache auf unserem Rechner installieren, damit das funktioniert? Müssen wir natürlich nicht. Sie müssen sich nur das richtige Werkzeug zusammensuchen. Und wenn Sie das eingerichtet haben, funktioniert das so, sodass Sie gar nicht mehr mitkriegen, dass das Ganze jetzt plötzlich aufwendiger ist, als es vorher der Fall war. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie in Zukunft dieses Werkzeug benutzen, Visual Studio Code. Das ist eine kostenfrei verfügbare Entwicklungsumgebung, die von Microsoft angeboten wird und die speziell für die Web-Entwicklung ausgerichtet wird oder ausgerichtet ist. Es gibt ganz, ganz viele andere Editoren, die genauso gut funktionieren. Ich empfehle Ihnen jetzt nur das, weil da vor allem auch dieser Web-Server relativ gut funktioniert und vor allem deshalb, weil dieses Visual Studio Code ein paar Funktionen hat, die wir im späteren Verlauf des Semesters ganz gut benutzen können. Also wenn es jetzt nur um Web-Entwicklung gehen würde und wenn es nur darum gehen würde, wie schaffe ich es irgendwie leicht, eine Web-Anwendung zu testen, lokal, dann gibt es andere Alternativen, die Sie verwenden können. Dieser Visual Studio Code Editor, der hat einen Vorteil, der hat nämlich sehr gut Kollaborations-Features integriert. Wir können das mal nächste Woche oder so ausprobieren. Ich kann Ihnen zum Beispiel, wenn ich diesen Editor benutze, den sehr, sehr leicht freigeben. Dann können Sie sich von zu Hause irgendwie anschauen, was ich so programmiere und in meinen Dateien zusammensuchen. Wenn wir später bei den Projekten arbeiten, dann können wir uns zu zweit zusammenhocken. Sie können mir irgendwie zeigen, was Sie programmiert haben und wir können das direkt über diese Plattform machen. Das ist der einzige Grund, warum ich jetzt einen ganz speziellen Editor empfehle. Wenn Sie möchten, können Sie den verwenden und das wird dann im Laufe des Semesters sicherlich eine gute Entscheidung sein. Wenn Sie den Editor verwenden möchten und jetzt diesen Web-Server haben wollen, dann installieren Sie ein Plugin. Das habe ich auch für Sie verlinkt. Sie installieren diesen Editor. Den können Sie hier herunterladen. Dann gehen Sie auf diese URL, die hier unten eingeblendet ist, installieren mit einem Klick dieses Server-Plugin. Dann öffnen Sie Ihre HTML-Datei in diesem Editor, klicken hier unten auf einen Button, der heißt Go Live und dann öffnet sich Ihre Webseite im Browser. Mit dem feinen Unterschied, dass das nicht mehr direkt von der Festplatte geladen wird, sondern dass der Browser das Ganze über einen lokalen Web-Server, der hier im Hintergrund ohne ihr Zutun aufgebaut wird, gestartet wird und ausgeliefert bekommt und Sie damit dann zum Beispiel solche Funktionen, wie diese Module nutzen können. Also das als kleiner Einschub. Wenn wir jetzt so etwas wie Module nutzen wollen, dann machen Sie das doch am besten über diesen Visual Studio Code. Da können Sie ganz, ganz leicht einen lokalen Web-Server starten zum Testen und wir haben im späteren Verlauf des Semesters auch noch ein paar andere nützliche Funktionen, die wir gut verwenden können. Die letzten 15 Minuten brechen an und in den letzten 15 Minuten möchte ich Ihnen ganz kurz noch eine andere Möglichkeit zeigen, wie Sie die Code-Qualität, wenn Sie so wollen, steigern können, indem Sie nämlich vermeiden, Code zu schreiben. Wir haben bis jetzt uns irgendwie angeschaut, was es so für Indikatoren gibt, die für schlechte Code-Qualität stehen. Wir haben uns angeschaut, was es für Kriterien gibt, die uns helfen, Code-Qualität überhaupt einzuschätzen und die auch vielleicht zu steigern. Wir haben uns jetzt sehr viel damit beschäftigt, wie wir unseren Quellcode strukturieren können. Am Ende sind wir zu dem Schluss gekommen, dass diese Module wohl irgendwie eine coole Idee sind, um unterschiedliche Teilbereiche unserer Anwendung zu strukturieren. Und das Letzte, was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, ist genau das Gegenteil, nämlich die Idee, dass wir, bevor wir selber irgendwie Code schreiben, uns anschauen, gibt es das nicht schon. Also gibt es nicht irgendwo schon jemanden anders, der vielleicht eine gute Lösung für ein bestimmtes Teilproblem geschaffen hat, und können wir nicht dessen Code oder deren Code verwenden und vermeiden damit überhaupt selber Quellcode zu schreiben und damit dann auch die Gefahr zu eröffnen, schlechten Quellcode zu schreiben. Und auch das Konzept kennen Sie wahrscheinlich aus anderen Programmiersprachen. Wir reden hier von irgendwelchen Libraries oder Bibliotheken, also irgendwelchen externen Komponenten, die nicht von uns, sondern von anderen Leuten bereitgestellt werden, die eine ganz bestimmte, wohldefinierte Funktionalität implementieren und es uns über ein ebenso wohldefiniertes und dokumentiertes Interface erlauben, diese Funktionalität in unseren Anwendungen zu nutzen. Das heißt, übersetzt irgendwie nochmal, eine Programmbibliothek oder eine Library ist irgendwie eine Komponente, eine Softwarekomponente, die nicht von uns entwickelt wird, sondern die von anderen Leuten entwickelt wird, die wir in unserem Programm integrieren, um eine bestimmte Funktionalität zu nutzen, die wir nicht selber implementieren wollen oder können, und die deshalb funktioniert, weil die eben eine abstrakte Lösung für so ein Problem darstellt, die sich in andere Programme integrieren lässt und die sehr genau vorgibt, wie diese Funktionalität dann am Ende verwendet werden kann. Vor dem Hintergrund tauchen auch so zwei neue Begriffe auf, Client und Implementer. Wenn wir die jetzt in Zukunft einmal ab und zu verwenden, dann bezeichnet den Implementer einfach die Person, die diese Bibliothek bereitstellt, also die diese Funktionalität für andere Leute zur Verfügung stellt, und der Client, das sind jetzt in diesem Kontext in der Regel wir, die diese Funktionalität in unserem eigenen Softwareprojekt tatsächlich nutzen. Also in der Regel, wenn wir über Programmbibliotheken reden, dann sind wir zumindest in diesem Kurs die Clients, die vorgefertigte Bausteine, vorgefertigte Komponenten in unsere eigenen Anwendungen integrieren. Wir wollen irgendwas nicht selber implementieren, wir wollen das aus bestehenden Quellen nutzen. Was sind so die typischen Fälle dafür, dass man jetzt ganz konkret in JavaScript sich überlegt, das mache ich nicht selber, sondern da vertraue ich lieber auf existierende Lösungen, zum Beispiel so etwas wie Visualisierung. Wenn Sie irgendwo in Ihrer Anwendung Diagramme oder Karten haben und mal angefangen haben, das selber zu implementieren, dann werden Sie merken, das ist schon ein erheblicher Aufwand, der dahinter steckt. Also alleine schon irgendwie ein schönes Balkendiagramm mit JavaScript zu zeichnen, ist nicht unmöglich, aber das ist schon recht aufwendig, gerade wenn das auch verlässlich funktionieren soll und stabil dann auch mit unterschiedlichen Daten vielleicht tatsächlich funktionieren soll. Das heißt, Visualisierung sind so ein gutes Beispiel dafür, dass wir irgendwie ein sehr komplexes Problem haben, was wir relativ häufig in unterschiedlichen Anwendungen brauchen. Sie können ja alles Mögliche visualisieren, das ist nicht auf einen Anwendungsfall beschränkt und dass wir hier dann sinnvollerweise vielleicht eine bestehende Lösung nutzen, anstatt das selber jedes Mal zu implementieren. Sie wollen vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise Daten integrieren, müssen dazu mit irgendeinem Server oder sowas kommunizieren, brauchen vielleicht ganz bestimmte Informationen, ganz bestimmte Daten. Auch da ist es vielleicht sinnvoll, sich zu überlegen, ob sowohl die Anbindung als auch die Integration in Ihrer Anwendung vielleicht nicht von Ihnen selber implementiert wird, sondern ob Sie da auch wieder auf eine stabile Lösung zurückgreifen können. Oder Sie wollen vielleicht das User-Interface auf eine ganz bestimmte Art und Weise gestalten. Sie wollen vielleicht dafür sorgen, dass Ihre Web-Anwendung responsiv ist. Da haben wir ganz kurz schon mal drüber gesprochen, also auf unterschiedlichen Formfaktoren optimal dargestellt wird, sei es jetzt auf einem Smartphone oder auf einem Desktop-Monitor und über den ganzen Rattenschwanz und Sachen, der da dranhängt, wollen Sie sich nicht selber kümmern, sondern wollen vielleicht diese Funktionen in ein Library oder ein Framework übergeben, beziehungsweise durch so ein Framework erledigen lassen, das sich dann darum kümmert, dass Ihre HTML-Elemente korrekt auf den unterschiedlichen Geräten dargestellt werden. Das Konzept davon, von so einer Library in JavaScript, ist eigentlich relativ einfach. Wir haben irgendwo JavaScript-Code, der die Funktionalität von dieser Library bereitstellt, also irgendein allgemeines Problem wird durch eine oder mehrere JavaScript-Dateien realisiert oder gelöst, zum Beispiel JavaScript-Code, der ein Balkendiagramm für irgendwie bestimmte vorliegende Daten erstellt und anzeigt. Wir haben unsere eigene Anwendung, die macht ganz, ganz viel. Eine Sache, die sie auch macht, ist so ein Balkendiagramm anzeigen und wir wollen jetzt diese Funktion aus dieser Library importieren und wir sorgen dafür, dass sowohl unsere Anwendung als auch diese Library, die jetzt diese Visualisierung zum Beispiel bereitstellt, im gleichen Kontext existieren, beziehungsweise ausgeführt werden. Wir kennen ja jetzt schon mittlerweile, was irgendwie Kontext oder Scope heißt und wir sorgen einfach dafür, dass diese Funktionalität, die jetzt in so einer JavaScript-Library bereitgestellt wird, dann auch in unserer Anwendung zur Verfügung steht, indem wir dafür sorgen, dass diese Dateien, die die JavaScript-Library ausmachen, in dem gleichen Kontext existieren, beziehungsweise genutzt werden wie unsere Anwendung. Heißt, wir führen die einfach zusammen, indem wir genauso wie wir unseren Code in diesen Kontext einbinden, nämlich über die Verlinkung in der HTML-Datei, wir auch die externe Library einbinden. Die wird dann genauso wie unsere Code-Dateien, unsere Quellcode-Dateien auf irgendeine Art und Weise in diesen gemeinsamen Kontext integriert und in der Regel machen wir das so, dass wir die entsprechenden Bestandteile in die HTML-Datei integrieren. Also wir sorgen dafür, dass in unserer HTML-Datei unter anderem eben auch die entsprechenden JavaScript-Dateien aus dieser ausgewählten Library ausgeführt werden und je nachdem, wie diese Library dann funktioniert oder implementiert ist, können wir dann in unserem JavaScript-Code auf diese importierten oder bereitgestellten Funktionen zugreifen. Wenn Sie sich jetzt irgendwie fragen, was brauche ich denn für Libraries oder woher bekomme ich die, dann sollten Sie, bevor Sie sich jetzt irgendwie auf die Suche nach irgendwie einer bestimmten Bibliothek machen, die ein ganz bestimmtes Problem löst, erstmal fragen, was macht eigentlich mein Programm? Also was sind die zentralen Anforderungen oder die Funktionen, die ich durch meine Web-Anwendung bereitstellen möchte? Gibt es vielleicht irgendwie einen Teilbereich, den man so als ein allgemeines Problem bezeichnen könnte, als ein Problem, was man sehr stark abstrahieren kann von der eigentlichen Funktionalität oder Use-Case von meiner Anwendung? Kann ich das selber mit vertretbarem Aufwand implementieren? Also überlegen Sie sich, bevor Sie irgendwie so ein Balkendiagramm durch eine Visualisierungs-Library importieren, erstmal kann ich das selber machen. In dem Fall werden Sie relativ schnell merken, das ist sehr aufwendig, das möchte ich nicht selber machen. In anderen Fällen werden Sie vielleicht merken, das Problem ist gar nicht so kompliziert, das kann man mit vertretbarem Aufwand auch genauso gut tatsächlich selber lösen. Und wenn Sie aber sagen, dass der Aufwand zu groß ist, dann versuchen Sie zu definieren, welche Funktionalität Sie jetzt tatsächlich von so einer externen Library erwarten und versuchen dann zum Beispiel durch entsprechende Suchmaschinenanfragen die entsprechende Bibliothek zu finden. Dann gehört jetzt dahinter natürlich noch gewisses Know-how und Wissen, um einzuschätzen, was von den Sachen, die Sie da gefunden haben, dann auch tatsächlich dem entspricht, was Sie verwenden sollen, also was vielleicht eine gute Library ist. Aber das Konzept ist immer abwägen, kann ich etwas selber machen oder brauche ich dafür externe Funktionalität? Was ist eigentlich die externe Funktionalität, die ich verwenden muss und wie kann ich vielleicht nach solchen Sachen suchen? Dann finden Sie vielleicht irgendwie über Google eine Liste von Bibliotheken, schauen sich an, wie die dokumentiert sind, wer die sonst noch so nutzt und treffen dann irgendwie eine Entscheidung, welche davon Sie verwenden wollen. Es gibt auch so ein paar kurierte Listen, also Sie können mal auf diese Seite microjs.com draufgehen und sich da ein bisschen umschauen, da können Sie in so einer ganz, ganz einfachen Suche eingeben, was Sie für eine Funktionalität in Ihrer Anwendung brauchen, also zum Beispiel Balkendiagramm, Chart oder so was und dann kriegen Sie eine Liste von JavaScript-Bibliotheken ausgegeben, die genau dieses Problem tatsächlich löst. Wenn Sie die einbinden wollen, das, was Sie dann gefunden haben, dann ist erstmal die Dokumentation der jeweiligen Bibliothek der erste Punkt, um herauszufinden, wie das funktioniert. Das kann sich ein bisschen unterscheiden. Vielleicht müssen Sie eine JavaScript-Datei einbinden. Vielleicht, wenn das eine UI-lastige Bibliothek ist, kommt noch irgendwie eine CSS-Datei hinzu. Das ist in der Regel bei einer guten Bibliothek aber sehr genau beschrieben, wie Sie zu diesem Punkt kommen, dass Sie diese Bibliothek dann auch in Ihrem eigenen JavaScript-Code verwenden können. In der Regel gilt, so eine Bibliothek ist über eine oder mehrere JavaScript-Dateien implementiert. Die laden Sie herunter, speichern die in Ihrem Projektverzeichnis, verknüpfen die über einen entsprechenden Script-Tag in Ihrer HTML-Datei und dann können Sie in der Regel danach dann auch in Ihrem JavaScript-Code auf diese importierte Funktionalität zugreifen. Also das ist irgendwie so der normale Weg dahin. Wir müssen jetzt an der Stelle kurz eine Pause machen, beziehungsweise die Vorlesung für diese Woche dann auch abbrechen. Das Praxisbeispiel. Ich gehe mal ganz kurz ein paar Folien vor. Wir machen dann nächste Woche weiter, aber ich sage Ihnen noch mal ganz kurz, das Praxisbeispiel, was ich vorbereitet hatte, war das hier. So eine Mini-Webanwendung, in der die Studentenstatistik der Universität Regensburg von 2000 bis 2020 dargestellt wird. Und weil wir nicht selber dieses Balkendiagramm mit all diesen Achsenbeschriftungen und Balken und Animationen, wie Sie sehen werden, selber implementieren wollen, habe ich dafür eine JavaScript-Bibliothek verwendet, Chart.js. Und wenn Sie schon mal einen Blick darauf werfen wollen, dann können Sie sich das im GRIPS-Kurs herunterladen, den fertigen Code. Ich habe den auch ein bisschen kommentiert. Und da können Sie dann mal nachvollziehen, wie in dem ersten Schritt diese Bibliothek eingebunden wird in unsere Webanwendung, wie wir dann die Daten holen, die wir brauchen, um diesen Diagramm darzustellen und wie wir dann diese importierte Chart.js-Bibliothek verwenden, um die eigentliche Darstellung zu generieren. Das ist auch im Code dann entsprechend erklärt, beziehungsweise auf der Seite selber. Und da können Sie ja schon mal einen Blick drauf werfen, bis wir dann nächste Woche an dieser Stelle weitermachen. Sie dürfen dann jetzt gleich in die Übung wechseln zum Martin und das Ganze schon mal in Grundzügen praktisch ausprobieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß in der Übung und haben Sie eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.